Weiterbildung ist wichtig, damit die Menschen, die irgendwas entwickeln, forschen, überhaupt wissen, welche Schritte sie gehen müssen, damit sie wissen, was muss wirtschaftlich gedacht werden, damit sie wissen, dass ich, bevor ich veröffentlichen, nachdenken muss, ob ich vielleicht ein Patent anmelde, weil das danach nicht mehr möglich ist und ich dann vielleicht auch kein Start-up mehr gründen kann. Deswegen ist das Begleiten zu den technischen Schritten, die nötig sind, immens wichtig. Mein Name ist Dr. Susanne Ebetsch. Ich bin Geschäftsführerin am Forschungs- und Transferzentrum für bioaktive Materie an der Universität Leipzig und neben meinen administrativen Aufgaben ist meine Hauptaufgabe der Technologietransfer, dafür, dass ich unsere Wissenschaftler begleite und weiterbilde in den Dingen, die dafür notwendig sind und dass wir unsere Produkte schließlich so weit bringen, dass sie wirklich umgesetzt werden können. Wir haben ja jetzt ein ganz großes Problem mit Klimawandel, mit Strukturwandel. Also hier ist ja in Mitteldeutschland die Kohleregion, wo sich wirtschaftlich sehr viel verändern wird, demografischer Wandel, das hat man heute alles schon gehört. Und wir brauchen Lösungen hierfür. Und es gibt viele gute Dinge, die in der Forschung schon gemacht sind, erdacht sind und Lösungen sein könnten und die müssen aber in die wirkliche Welt gebracht werden. Und dafür braucht man ganz dringend Technologietransfer, um die Wissenschaftler da zu unterstützen, das so weit zu bringen, dass es auch wirtschaftlich denkbar wäre und umgesetzt werden kann. Wir sind ein Projekt vom BBK und Land Sachsen finanziertes Forschungsprojekt zum Aufbau eines Forschungs- und Transferzentrums für bioaktive Materie. Und unser Transferpfad ist, dass wir ganz früh in die Forschung mit reingehen. Also wir haben eigene Nachwuchsgruppen, wir haben Labore, in denen Doktoranden und Postdocs mit Unternehmen zusammenarbeiten, einfach damit wir wirtschaftsnah unsere Forschung ausrichten können. Und die Forschung schon so zu Beginn gestalten können, also wenn die ersten Ideen sind, dass sie schon daran denken, was könnte das Produkt sein oder welche nächsten Schritte muss ich machen, wenn mir das ein Produkt wird. Das wird in der Forschung oft nicht bedacht und dann habe ich irgendwas und kann es einfach nicht in der Praxis nutzen. Und deswegen fangen wir in der ganz frühen Phase an, um das in Richtung THL zu treiben, der dann wieder für die Industrie ganz spannend ist oder für ein Start-up. Also die Chancen sind, dass Ideen, die jetzt sonst vielleicht nur veröffentlicht würden, Papier sind, wie das in der Forschung so üblich ist, dass sie auch wirklich umgesetzt werden. Weiterbildung ist wichtig, damit die Menschen, die irgendwas entwickeln, forschen, überhaupt wissen, welche Schritte sie gehen müssen, damit sie wissen, was muss wirtschaftlich gedacht werden, damit sie wissen, dass ich, bevor ich veröffentlichen, nachdenken muss, ob ich vielleicht Patent anmelde, weil das danach nicht mehr möglich ist und ich dann vielleicht auch kein Start-up mehr gründen kann. Und deswegen ist das Begleiten zu den technischen Schritten, die nötig sind, immens wichtig. Ja, so ein bisschen mutig zu sein und auch ein gewisser Fleiß, weil das ist Arbeit, die zusätzlich zu dem, was an der Uni gefordert wird, hinausgeht. Es ist ein anderes Decken gefordert und es ist nicht nur wissenschaftlich, sondern man muss sich auf andere Dinge einlassen, die einem vielleicht auch fremd sind. Also wirtschaftlich zu denken, dass ich Geld einnehme, das erfordert schon so ein bisschen offene, also open mind und Bereitschaft auch ein bisschen mehr zu tun, als ich eigentlich müsste. Dadurch, dass mehr Leute wissen, wie wichtig es ist, Technologietransfer zu machen, wie mache ich das dann, denke ich, kommen auch mehr Produkte in die Anwendung. Wir arbeiten ja auch mit Firmen zusammen und entwickeln gemeinsam neue innovative Produkte, die diese dann wieder vielleicht für einen neuen Markt verwenden können. Wir haben Teams, also die vielleicht ausgründen wollen, die einen ein bisschen früher, die anderen später. Und das kommt auch dadurch, dass sie wissen, wie man das macht. Also da gibt es an der Uni nicht nur mich, da gibt es auch andere Strukturen, die hier unterstützen. Und das ist auch sehr wichtig, die jungen Menschen auch zu begleiten. Und was letztendlich ja auch wieder vielleicht neue Firmen, neue Produkte, also wirklich einen Mehrwert für die Wirtschaft in Sachsen schafft. Also ich habe selber promoviert und war dann nach einem Startup und habe dann verschiedene Dinge gemacht, bin wieder an der Universität gelandet und bin total begeistert, was hier geforscht wird und was es für tolle Ergebnisse gibt. Und meine Motivation ist natürlich, dass die auch irgendwann Realität werden. Und wir haben eingangs schon gesagt, also wir haben so viele Probleme, die wir lösen müssen und es gibt die Lösungen und wir müssen die einfach in die Anwendung bringen. Und das ist meine Motivation.